Ich spüre eine Verschwörung, die Jedi zu zerstören. Ich spüre eine Verschwörung zur Vernichtung der Jedi. Die dunkle Seite der Macht umgibt den Kanzler. Wenn er seine Sondervollmachten nach der Vernichtung von Grievous nicht wieder aufgibt, dann sollte er von seinem Amt entbunden werden. Der Rat der Jedi müsste die Kontrolle über den Senat erlangen, um einen friedlichen Wechsel zu gewährleisten. Zu einem dunklen Ort diese Überlegungen uns führen werden. Hm, große Vorsicht, wir walten lassen müssen. Sehr vorsichtig sein, wir müssen. Ich fühle einen Plot, um die Jedi zu zerstören. Ich fühle einen Plot, um die Jedi zu zerstören. Der dunkle Seite der Macht umgibt den Kanzler. Wenn er seine Erwärmungs-Präume aufgibt, nach der Destruction von Grievous, dann sollte er von der Arbeit entfernt werden. Die Jedi-Kanzler müssten die Kontrolle über den Senat, um eine peacefulen Transition zu gewährleisten. In einer dunklen Ort, diese Leidung des Thoughts will carryen uns. Great care we must take. Great care we must take. Great care we must take. Great.